Ich habe leider schlechte Nachrichten. Das Verteidigungsministerium will die Rawson-Flug-Barriere sprengen und mit der Überschwemmung des unteren Teils der Stadt die SEF auslöschen. Wahrscheinlich ziehen Sie diesen Wahnsinn trotz meiner Proteste durch. Und dann sollten Sie nicht unter der Erde sein. Begeben Sie sich rasch zum Zentrum der Alien-Struktur, Alcatraz. Und dann raus. Wir haben nicht viel Zeit. Ich benutze ungern billige Analogien zur Fauna der Erde. Hauptsächlich, weil ich dann wie Nathan Gould klingen würde. Aber womit wir es hier zu tun haben, entspricht vermutlich mehr einem Insektenbau. Der Grad der Alien-Infizierung dieser Tunnel ist wahrscheinlich ziemlich hoch. Finden Sie Reeves und seine Männer. Ich habe den Kontakt zu Ihnen verloren, als Sie das U-Bahn-System betreten haben. Aber seien Sie vorsichtig. Sie müssen da in einem Stück wieder rauskommen. Greife den Kern des Hive an. Finde Reeves und sein Team. Greife den Kern des Hive an. Greife den Kern des Hive an. Greife den Kern des Hive an. Der Fall. Machina de Passo. Maximale Pazzo. Taktische Optionen verfügbar. 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 Maximale Panzerung. Meine Männer. Deshalb ist der Kontakt abgebrochen. Ich hatte gehofft. Nun, wie auch immer. Der Krieg fordert eben Opfer. Die müssen wir alle bringen. Versuchen Sie, Ihre Streckausrüstung zu finden. Dann würden wir wenigstens vor dem gewarnt, was uns hier erwartet. Taktische Aktionen verfügbar. Mitchell Reeves. Außer Tara Strickland war er der Beste, den ich hatte. Aufgrund des Lebens, den ich bei uns bekomme, würde ich sagen, der Sporenkreis nähert sich ruhenden Ebenen. Zerstöre die Sporenleitung. Betritt das Sporenkilo. Zerstöre die Sporenkilo. Warnung. Explosion unmittelbar bevorstehend. Funktionale Grenze. Ausgezeichnet. Jetzt müssen wir sie in die zentrale Struktur bringen. Anhand der Pläne, die Reefs und sein Team senden konnten, würde ich vorschlagen, sie sprengen eines der Röhrensiegel und verschaffen sich über den Riss Zugang. Suchen Sie nach Schwächen in der Struktur. Taktische Optionen verfügbar. Toll, was? Wie ein Korallen-Ökosystem. Kann es da noch Zweifel geben, dass diese Kreaturen sich in einem Ozean entwickelt haben? Sabotiere die Spurenleitung. Stelle eine verbedingungsvolle Spurenwahlung her. Spurenwahlung. Maximale Panzerung. 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 Verwalt. UNTERTITELUNG Das war's für heute. Was ist das? Das scheint zu funktionieren, aber Sie müssen das Ganze bei den anderen Röhren wiederholen. Dann müsste das gesamte System unter Hochdruck stehen. Dann ist das gesamte System unter Hochdruck. Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was ist das?